Oh, willkommen zu meinem ersten Part, ey das fühlt sich so richtig scheiße an, Jurassic World, der Game und ich muss jetzt hier so, ähm, wir haben hier Karten in Elver, genau, getunen, machen wir mal sammeln, bekommen den jetzt, nice. Platzieren wir den, so, jetzt haben wir hier, können wir 41er bald machen, hätten wir so viel von denen da, ohne Geld zu bezahlen für irgendwas, ich hab das einfach so, so und warum mach ich das jetzt? Wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt ein paar mehr hätten, könnten wir den auf 30 hochtunen, so, ist gleich. Das machen wir aber nicht, weil wenn wir jetzt den hier, wo ist er, hier, den da, und wir brauchen nur noch einen, wir haben jetzt gerade einen 30er und brauchen einen 40er, dann kriegen wir eine neue, ähm, Entwicklung. Jetzt ein schneller Part, so, und dann hab ich noch eine Frage, warum ich jetzt eigentlich überhaupt dieses, den Part aufnehme, also das hier ist mein Park jetzt hier, ja, bin jetzt Level 27, hab hier ein T-Rex und so, aber darum geht's jetzt gar nicht, es geht jetzt um diese Mission hier. So, verfüge über zwei Solaranlagen und ein ACU-Sicherheitsbüro. Okay, zwei Solaranlagen. Ich seh hier ein paar mehr. Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Wo seid ihr gerade? Mögt ihr das? Soll ich mal einen längeren Part machen? Jetzt auch einfach nur, hm, mal gucken. Kann man ja mal versuchen. Ich hab natürlich auch schlecht aufgenommen, genauso wie meine anderen Videos. Und ich nehm jetzt schon wieder zu viel auf, kann ich alles gar nicht hochladen. So können wir, ähm, wie gesagt, ich hab da noch, äh, wir gucken mal bei Markt rein. Also ich will jetzt, so die da sind ja natürlich hier. Ja, irgendein hässlicher Pfad von Facebook. So, hab ich alles schon, äh, freigespielt. Kann man ja dieses Spieler spielen. Hier, Legendär. Könnte ich mir alle kaufen. Genauso hab ich den Spinosaurier hier freigespielt. Und da hab ich mir den halt ein paar Mal gekauft, weil ich den Spinosaurier eigentlich ganz geil finde. Aber so geil sieht der eigentlich gar nicht aus. Aber dann haben wir hier Kreuzungen. Und diese Kreuzung hier besteht aus diesen beiden Tieren hier. Schalte, Spinosaurier, durch Verbinden im Park frei. Äh, Spino-Raptor. Und den da haben wir halt schon auf Stufe 40 und den da haben wir auf Stufe 30. Aber wenn ich den hier jetzt bald, wie, noch, da ich jetzt noch einen auf Stufe 30 hab, können wir dann bald Stufe 40 erreichen. Ja, könnt ihr mir da weiterhelfen? Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz den hier an. So, das ist Stufe 40, das ist eine normale Stufe. Und jetzt halt nochmal unsere Rappdor, äh, unsere Spino. Das ist unsere 30er Spino. Hier sind auch die Kampfwerte. Jetzt haben wir halt 20 von denen. Ähm, zwei von 20er. Wenn ich jetzt die mit 30 verbinde, habe ich einen 40er. Und dann, da seid ihr dann wahrscheinlich auch dabei, können wir uns... Dann können wir uns einen, meine erste, wie heißt sie, Kreuzung. Jurassic World habt ihr bestimmt alle, hoffentlich alle gesehen. Ein super cooler Film. Kann man wirklich nur weiter empfehlen. Und zwar irgendwie für zu kurz, meiner Meinung nach. Aber ich finde einfach, dass die den jetzt endlich eröffnet haben. Richtig geil. Hier ein 20er. T-Rex. 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 Ein 40er. Und ein 30er. T-Rex. Ja. Und die anderen Dinosaurier hier. Und ich wollte es jetzt mal... Ne, erster Part hier. Mal gucken. Fühlt sich auch alles hier sehr erstmal seltsam an. So, jetzt das Handy zu halten und so ein paar aufzunehmen. Hier, der ist jetzt auch neu. Wollte ich jetzt auch durch ein Event bekommen. Und dann den hier. Da habe ich jetzt, grüte ich gerade einen zweiten Los. Den können wir dann auch auf Tune. Da haben wir hier natürlich den da. Den habe ich sogar schon auf 20. Leider habe ich den Meeressaurier nicht bekommen. Hier, den da. Und da soll es ja hier auch noch andere geben. Da frage ich mich, wann kommen die. Wie bekomme ich alle andere. Aber dafür Geld auszugeben. Hier, das finde ich ein bisschen... Also 100 Euro für ein Pixel kann man sagen. Oder hier 50 Euro. Das ist... Aber ich finde, das ist eigentlich ein geiles Spiel. Hier, den habe ich dann auch auf Level 40. Und wie gesagt, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. Weil ich komme bei dieser Mission halt nicht weiter. Was brauche ich da? Soll ich jetzt alle anderen Solaranlagen wieder löschen. Aber hier steht ja auch eine von zwei. Eine von zwei. Und Sicherheitsanlagen habe ich ja auch genügend. Was soll ich also machen? Könnt ihr mir helfen? Und wie gesagt, bald ein zweiter Part. Dann machen wir den fertig. Und guck mal, vielleicht verkaufen wir jetzt einfach mal nochmal hier von denen einen verkaufen wir den. Normalerweise mache ich sowas nicht. Aber jetzt können wir den hier schon mal aufentwickeln. Ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass das jetzt nicht klappen wird. Oder dass der jetzt sowieso... Hm? Achso. Dass er jetzt sowieso wieder nochmal entwickeln. Aber wir können jetzt mal ausnahmsweise... Ja, das war so klar. Okay, egal. Hiermit beende ich den Part. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ja, okay dann. So, bis jetzt haben wir hier ein... Level 21. Äh, 21er. So. Boah, ich bin schon richtig okay. Wir haben fast keine... Wir haben zu wenig Essen. Haben wir aber nicht, weil ich hab extra daran gedacht. So. Und jetzt können wir den gleich... Stufe 31. Das ist dann die letzte Stufe. 40 mal hätten wir so viele... Punkte hier. So. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Weil jetzt irgendeinen Dinosaurier zu verkaufen, mach ich eigentlich nicht. Ja, ich bin Benjamin 1 und bald haben wir einen neuen, coolen Kreuzungsaurier ohne einen Cent für dieses Spiel auszugeben. Das finde ich schon erstaunlich. Weil ich dachte so, hab ich es irgendwann aufgehört, weil es einfach zu viel Geld... Geld ausgeben mach ich nicht. Weil, dass man es ohne Geld ausgeben so schnell schaffen kann. Ja, okay. Ich bin Benjamin 1, hab Fun und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich den dann habe. Und wir machen es doch noch in dieser Folge. Und im Hintergrund läuft GTA online. So, hoffentlich gibt es jetzt beim ersten Mal, was ich... Zweifel? Ja, definitiv. Okay, sehen wir uns gleich wieder. Ne, ich zeige dir jetzt mal, was ich mache. Ich zeige dir jetzt mal, was ich mache. So. Junge, ein Level 1. Oh, Digga. So sieht der jetzt aus. Nice. Digga, richtig brutal. Gucken wir uns den Mann hier an. Digga. Und im Hintergrund läuft GTA, was ist halt los? Alter. Der sieht ja nice aus. Gut, wenn ich genügend Futter habe, türen wir den auf und dann... Mal gucken, wie das mit der Entwicklung aus aussieht. Okay, und jetzt würde ich sagen Auto, aber ich habe ja noch kein Auto, deswegen Ende. Also unter den